Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich bin bei Firobu und wir machen mal die nächste Kampf-Arena. Vielleicht soll die letzte sein. Wir schauen mal. Ich weiß es nicht genau. So, Kampf-Arena der Nordküste. Wo ist die andere? Okay, wo reißt du vor? Punkt. Wo ist das? Hast du seine Lösung? Ja, hier. Fing doch. Das Sprach, ja. 10 hier. Oh, das war ich mit so... unseremCOM. Batsch. Ich habe ihre Gefte da was los. ein wilderer weniger in unserer welt langsame einen panzer der schwindel nachdem er sein nächster mal entfüßt ich mach Arresto Momento eben schon die 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 Ich hab's schon gefüttelt. Aaaaaaah! Ich hab's schon gefüttelt. Ich hab's schon gefüttelt. Oh! Da haben wir die Ere. Nein! Von Sputego. Von Ringo. Ich hab's schon gefahren. So. Jemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Arschwinderin besiegt habe. Muss ich echt wahrscheinlich schon drauf achten, ne? Hältst dich für schlau. Du hast doch Nora Treffeld im Reis. So. Was für langsame wilder Henker. Nachdem er eine Person zu haben. Auf dem Knie. Einen dieser Schüler wird niemand vermissen. Incentive. Oh. Okay. Oh. 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 Und das ist drüber. Ich hab's nicht gerettet. Haha, ich bin Sendo! Ähh, warte... Fals... Das kann ich nicht. Putsch, 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 putsch. Ach, das ist der letzte. Weile 4. Ach, ewige. Ich grabe den Kopf, weil ich bin in der Erde. Wie mache ich das? Konisch. Ich glaube, ich habe schon mal einen Aufruf. Ich habe einen Aufruf. Ich habe einen Aufruf. Ich habe einen Aufruf. Ich habe einen Aufruf. Schuss machen sie, ne? Der letzte Gegner. Wie machen wir das denn? Wir googeln mal eben. Den Grabe. Den Kopf. Ok, wie ist das viel? Ja, den Kopf einer spinnen. Ja, den Kopf. Ich hab da noch Hogwarts... Ich hab alles, was ich mochte. Okay, nee, das will ich nicht. Ist doch gerade... Entschuldigung für euch jetzt gerade, aber gut. Warte, wir können ja mal gucken gegen Kampf-Arenen. Ja, warte, schau ich mir eben so aus, sorry. So, Kampf-Arenen. In der Arena... Fischen zu füllen. Abschließen wir... Das ist gut. So, ähm... Okay, da gibt es wirklich schon drei. Okay. Okay, die Kampf-Arenen sind... Eines sind Pre-Order-DLC. Was wir da machen müssen... Okay. Ihr müsst, äh... 5 Gegner werden überleben und alle Vereine besiegen. Wollt ihr ein Problem haben solltet ihr... Okay. Das ist sonst noch für Erfahrungspunkte-Farm gut. Aber... Wir müssen nicht die Duelle-Herausforderung schaffen. Ach! Ach so, kommst du geschafft. Cool. Jetzt kommt die letzte oder was? Ich grabe den Kopf... Ha! sehr schlau es geht nicht Ich bin ja. Ich glaube, ich zieh mir die Fläche. Guck, ich will aber den Kontrollen kennen. Da hast du wohl nicht. Hier hast du nicht geschaffen Platz. Ach, ich bin ganz am Flitz. Halt! Richtig, was uns da auf die Suche ist. Es kommen näher. Ähm. Was sag ich? Boah, wenn du das mit Kackstausch. Was hältst du denn von? Elektrische. Den haben wir eben schon. Aber ich bin nicht schon tot? Ja, ich bin kein Feind. Ach, du bist du? Böch, Böch, Böch! interf工fe Böch! 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 Ich bin nicht. Oh Gott, das ist gut. Oh mein Gott. How come? Kutsch, kutsch, kutsch. Da ist er dann Petrificus Totalus. So, dann komm mal hier. Ah, das gilt auch nicht. Okay. Oh, ups. Ah, das steht bereits durch Feuer. Ah, das hab ich ja. Oh, dann hat's so, hab ich alles geschafft, aber ey. Okay. Fertig fahren, ne? Siege alle gegen... Oh, dann haben wir die Kampferin fertig. Ach, dann ist die eigentlich abgeschlossen, weil sie DLC ist. Au, okay. Natürlich auch sein. Äh, was? Äh, ne, so. Okay. Dinge, die man später erfährt. Hm. Jetzt haben wir ein Troll. Mal hier so ein bisschen. Äh, was ist denn für ein Troll? Ist gut. Wir fliegen auch mal hier hoch und... Wir fliegen jetzt mehr den Ding noch. So. So. Muss sein. Eine Prüfung Merlins? Oh, kann sein. So. So. Wie ist das denn eigentlich? So ist das denn da los? So, so. So, so. 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 Sehr schön. So. Ich bin... Le Pädel! Heu... ... 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 Oh, ja, 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 so. Was soll ich denn da? Tätl ist gewusst. Okay, haben wir es noch geschafft. So, shit. Also, Kampferien abschließen, dann auch Belohnungen machen müssen. Aber machen sollten wegen den Belohnungen. Okay. So. Da muss ich auch noch machen, alle Dinger hier. Na, komm. Zack. Ja, shit. Muss ich eigentlich auch wieder reinkommen, ne? Ach, pappalapap. Mal das Silber. Reveglio. Mal das Silber, leider. So. Ist noch der, ne? Das ist komisch. Eigentlich sollte es jetzt verschwinden. Wenn ich alles eingesammelt habe, aber... Das ist aber nix. Ja, oder? Das ist noch... Ah. Müssen wir noch mal hierin kommen, wegen einer Aufgabe oder so. Okay. Na gut, dann ist klar, dass es noch da ist. So, haben wir alle Totenköpfe hier aufgesucht? Haben wir nicht. Nur selten Ressourcen schicken wir auf. Ja, dann fangst du echt nicht mehr Zeit und Ressourcen. So, gut. Was haben wir denn noch? Haben wir schon was gemacht? Das war die eine Aufgabe, wo ich nicht weiß, was ich machen muss. Ne. Was sagten der insgesamt hier? Eine Truhe fehlt mir noch, eine Handbuchseite fehlt mir noch. Die Altar und die Platte. Platte. Ah, die Seite sehe ich aber gut. Oh ja. Äh, Plattform. Jedenfalls ein bisschen aufbiegen, ne? So. Ein bisschen abchecken hier so. Ihr könnt ja wieder überall sein, ne? Also ist das dann? Die hab ich doch gerade gemacht. Ja, die hab ich gerade gemacht. Dann könnte die das eigentlich nicht sein. Ja. Schauen wir, ob wir hier haben, ne? Pavilion. Pavilion. Altes Horn. Dieses Horn wurde vor Jahrhunderten von einem Muggelbootsmann benutzt, um Monster im Wasser fernzuhalten. Wenn Reisende mit dem Boot übersetzten. Äh, natürlich hatte es keinen Zeicheneffekt. Daher kann ich den magischen Tierwesen sich von einem solchen neuen Abschrecken gießen. Der Bootsmann hatte vom Urnchen einfach Glück. Bis es ihn verließ. Oh. Wenn dieses Biss es ihn verließ, ey. Das ist richtig hart. Okay. Rebellio. Rebellio. Da braucht man denn die zweite Plattform hier, ne? Ne Plattform. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Zum Wert kann ich denn jetzt in die Richtung nicht noch fliegen. Da sind wahrscheinlich einfach nur Kröten drunter. Ne Kröten-Kröten. So, dann fliegen wir mal hier lang. Da habe ich ja die Plattform auch schon gemacht. Oh, hier war ja irgendwie noch nichts mehr. Ja, du bist... Ja, du bist... Oh! Oh! Ja, das wollte ich. Sendo! Mach's! Ich bin eigentlich so. Ich kämpfe bevor du geboren. Ja, du bist! Okay, aber. Stuhl's home. Rebellio. Junge, Junge, Junge. Das ist auch noch was. Aha. Ah, das sind uns aber nur die großen Thronen. Die markierten Thronen, ne? Der Rest ist halt einfach... Aber es gibt trotzdem guten Stuff hier. Er sollte mich vielleicht trotzdem irgendwie anschleichen, ne? Wenn ich da mal einen... Griffikos totales Erfolg kriege. Sieht interessant aus. Mhm. War ja interessant, weil... Nix machen kann. Rebellio. Warum funktioniert Petrificos total aus? Nee. Hallo? Riffikos total aus! Stop! Na, schau mal nicht. Da haben wir das Spiel so wieder. Griffikos total aus. Kannst du vergessen. Das geht bei dir nicht mehr. So, nimm dich mal mit. Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen verletzen. So, und dann... Und dann... Zum Beispiel so. Und dann dürfen wir hier rein. Bitte alles für die Rumschaften. Das nervt mich mit Petrificos total aus. Warum geht das nicht? Das nervt mich mit Petrificos total aus. Warum geht das mit Petrificos... Wenn ich nicht an das Trenn Lucke were. Guck. Das tut. Wenn dich immer weiterfachtig ist. Wenn du ja um auf mich nicht vehement verletzt hast. Das ist nicht mehr. Wo soll ich nicht? Du weißt. Wie geht das mit Petrificos total aus? Oh... Ach, ja. Ja. Das funktioniert einfach nicht, ne? Da muss ich so extrem nah an ihm ran sein. Wie hast du mich jetzt gesehen? Hä? Wie hat der mich jetzt gesehnt? Komm auf die Karte, guck der in die andere Richtung, ne? Ich hab das Gefühl, du versuchst es nicht mal. Nein. Wie könnt ihr mich von da hinten aus sehen? Ihr Lappen. Ah, wie war das? Oh, was denn? Oh. Ege Typen, ne? Ich verstehe jetzt echt, warum das nicht mit... Warum geht es nur mit, äh... Irgendes, warum man es, äh... Mit, äh... Da ist noch einer mit Menschen. Tadam. Tadam. Ja, weil man ja mit Einhäusern halt eben die Kartenkommand hängen muss. Bebelio. Deswegen, ja. So, haben wir hier alle berüchtigten Gegner schon gemacht. Schon hier. Äh... B-b-b-b-b-b, irgendwie gibt's ja keine? Auch nicht. Hier gibt's aber welche. Aber das ist doch, glaub ich, der... Ein Fieri, den ich schon gemacht habe, ne? Hey. Da ist doch hier ein Gegner. Noch einmal hier. Habe ich auch schon alles gut gehabt hier? Na, warum kommt denn das alles wieder? Wollt ihr mich nicht verstehen, oder? Ich check's nicht. Ich fahre mal hier rein. Oh man, ist das Ding noch eben schnell da. Ist komisch. Wie sieht der rum ab und an jetzt mal ein bisschen anders aus? Ist ja etwas. Aber wir leveln nicht mehr so schnell, das ist ein Problem. Wir hatten viel schneller Level. Achja. Ach. So, was haben wir denn hier noch? Ab kurz. Wahrscheinlich nix im Hochland. Das ist ja. Le Krug. Und wir hatten noch hier was geklaut. Wir hatten da, Stufe 3. Ah, von Kruzio. Ich schätze mich mit Kruzio, als ich alles mal kann. Nicht von dir. Wie kriege ich diese... Wie nennt sich das Eigenschaften auf meiner... ...Ausrüstung? Das wär schön. Das wüsste ich gerne mal. So. So. Ah, na gut. Wir sollen... ...hier hin und... ...matschen. Wir fliegen einfach. Und decken jedenfalls noch ein bisschen was. Vielleicht finden wir sogar noch was. Wer weiß das schon. Hä? Ist ja ganz schön heiß darauf. Auf. Oh, come on. Oh, ist das so entgegen hier? So, da will ich... ...entschweigen. So. Okay. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, Quatsch. Hier wird da nix gefährlich. Oh, guck mal. Einfach nur gespiegelt. Dann haben wir den auch gemacht. Da war die Schwerke, einfach das... ...was davor lauerte. Scheinbar, aber... So, hier war ja irgendwie noch einer. Den haben wir noch nicht gemacht. Oh. Ich würde sagen, dass Iron Dale seinen Namen nicht gerade verdient. Was ist denn hier? Club Polo. Okay. Huh? Oh, okay. Oh Gott, zack. Sehr schön. So, mein Stuff, mein Stuff. 3 irgendwas. Ich glaub in der Hülle war ich hier noch nicht drin gewesen. Ich muss mir die Karte eigentlich verraten. Ne, da war ich noch nicht dran gewesen. Da kommt wahrscheinlich irgendeine Story oder so hin. Aber mut' ich mal, deswegen machen wir den erstmal jetzt nicht. Wir sind hier hin. Erstmal ganz in Ruhe und ganz in Frieden. Das heißt ich hab hier ne Ecke, wo ich nicht gehen darf. Achso, wegen Hox wie das hier, achso. Lass mich gleich jetzt landen, geh einmal einen Schritt weiter und dann ist wieder okay, weißt du. Dead Logik. Dead Logik vom Spiel. Ich sag ja gut hier, bestimmt hier drin darf ich ja nicht fliegen. Ich vergesst was ich gesagt hab, gut. Dann machen wir die Hauptstory hier erstmal in der nächsten Folge weiter. Sehen wir uns da wieder. Haut rein. Ciao, ciao.